Hallo Leute, herzlich willkommen, out in our stunnergames. Ich bin immer noch krank, dann habe ich ja jetzt auch gesagt. Aber ich möchte, dass ihr trotzdem ein Video habt. Boah, weswegen ich mir gedacht habe, komm, mache ich trotzdem ein. So, ich muss mir erstmal kurz die Lautstärke hier ein bisschen leiser drehen, weil ihr sonst nichts hört. Und mal hier meinem... Ja, jetzt ist es besser. So, damit ihr hier auch alles verstehen könnt und damit das Spiel nicht so laut ist. So, ich würde sagen, wir reinigen hier erstmal den Rand. Na, wie geht der hier auch? Ja, okay. Okay, perfekt. So, damit er schön sauber ist. So. Zack, zack, zack. So. So. Äh, nicht wundern, falls ich mal nicht rede, ähm, ist es gut und normal weh, wenn ich rede, deswegen, äh, rede ich nicht all so viel. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja. So, machen wir das hier auch mal weg. Ich versuche natürlich zu reden mit euch. Aber... Tut halt übelst weh. Was heißt übelst? Also, es tut halt ein bisschen weh. Weswegen ich nicht... ...so oft reden kann. Ach, jetzt weiß ich was. Ich war ja nicht hier beim Zauber. ...so oft reden kann. No. So. Zack. Wie ist der Spielblatt eigentlich so dreckig geworden? Das ist eher die Frage. Naja, egal. Wir machen den ja schon sauber. So. Perfekt, 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 Perfekt. So. Hier ist ein bisschen Schmutz. Ach man. Perfekt, jetzt. So. 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 Zack, zack, zack. So, dann machen wir das hier auch nochmal weg. So, dann müssen wir das hier nämlich auch noch sauber machen. So, die Trinne alles noch sauber machen, die Dicke. So, das hier noch. So, die sind auf jeden Fall noch leckig. So, das hier. So. So. So, dann kann ich hier mit der Leiter jetzt hoch. So, dann kann ich hier hoch. Ja, das ist doch geil. Dann kann ich das hier oben nämlich alles machen. So. Dann wird hier auch noch das Andy mit diesem Spielplatz gemacht. Was ich noch geil fände, wenn halt wirklich hier auch so Leute langlaufen. Okay. Ich verstehe die, was ich meine so. Klar, es ist halt nur ein Saubermachungsspiel. Weil es wäre schon geil, wenn hier auch Leute rumlaufen würden. Würde ich feiern. Ich dachte, es ist wie es ist. Ich würde es feiern. So, das hier schön sauber machen. Sack. So. Ja, jetzt habe ich das auch ein bisschen fertig. Boah! Kann man das denn sauber bekommen, ey? Na ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video, wenn's euch gefallen hat, das gerne ein Liken, ein Abo und einen Kommentar da, ähm, schaut auch gerne auf mal Discord-Holfe vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut auch gerne mal, äh, bei der Werbung vorbei, also bei Clark, ähm, würde mich auch sehr freuen und natürlich auch supporten, ähm, meldet euch einfach bei Clark an, ähm, geht ganz einfach, ähm, ja, das ist ein Online, äh, wie heißt es, ein Online-Versicherungsanbieter, kann man sagen, wo ihr halt einfach alle Versicherungen in einer App habt, ohne großartig viel Papier in Schränken zu haben, also schaut gerne mal dort vorbei, ähm, könnt ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise da, wo Werbung steht, ähm, finden und auch da einfach drauf drücken, würde mich auf jeden Fall sehr supporten, wie gesagt, und freuen, jetzt habt noch einen traumhaften Tag, hau rein, Leute, euer Sander, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.